Warnung, das folgende Videomaterial beinhaltet starke Verpeilung, gelegentliche Kraftausdrücke und Chaos. Die Protagonisten von zu zweit verpeilt, Angelus und Bracazio übernehmen keine Verantwortung für Folgeschäden durch das Audio- oder Videomaterial. Nichts sollte auf diesen Channel ernst genommen werden. Gar nichts. Verpeilung ist ansteckend. Und damit, hallo und herzlich willkommen in der widerlichen Schlachthaus-Geschichte. Was geht denn? Äh, heute mit... Ah! Nein! NURSE! Okay, ich muss hier raus. Die steht einfach nur da, also die vierte Person. Er hat wahrscheinlich Angst vor der NURSE. Hätte ich auch. Keine Ahnung, ich lass mal da fahren. Oh shit! Oh fuck! Ah! Ah! Das ist ein Maiskolben! Wie wir uns hier alle... Jammerst du da? Warte, warte, warte! Ah! Ich heil dich! Danke, dass du es bist! Ja, ich heil dich! Nein, die NURSE! Extrem Jaime, ich heil dich! Uiih! Ach! Ah! crit tr Fellows! Ah, schnade! Ach, accessories! Inszy Т tout, glaube ich? Putex, gar nicht er. Wallah, impatient! Ach! Ach, quirky! Ach! Ach, nee! Ach, nein! G punya, Opening! Wie ein Verschall! Ach, nein, vidéos! Soll nicht! Ja, Schlampe! Das ist das Heim, welches mich bewegt hat, aber ich dachte, das steht über mir Irgendjemand in der Nähe? Oh! Oh! Oh, fuck ey! Wir alle einfach mal verletzt sind, was ist denn da los? Außer Pink Raider, sind sie einfach reingehauen So ist das mit den Power Rangers Pink Ranger haut immer rein Wird ja auch nur ne Peitsche Ja, jetzt ist er offen wie verletzt Ja Weil das die Nerds uns nicht gekillt hat Oh shit Vielleicht ist das ne Friendly Nerds und sie will, dass wir uns heilen Das ist dann hinter mir Ich bin zu springen Heilt euch! Wenn ihr Nerds nicht in der Nähe ist Tut es Jetzt wird sie in die Nähe kommen noch rein Ja 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 det Ja 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 Viere Ja 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 Der ist gleich zu mir. Ich hör den aus, mein Herz schwebt. Lass einfach mal den Generator klein. Ja. Okay, er geht einfach durch. Okay. Okay. Danke. Okay, ich heile Pink Raider. Sehr gut. Oh, was machst du? Oh, wie ist es gerade? Noch nicht aufs Ohr! Haben wir vorbeiteleportiert. Danke. Bist du irgendwo in der Nähe noch? Ich glaube sie sitzt im Haus. Ich mache Scheiße. Ein bisschen Fehler gemacht. Hi. Okay, sie kommt. Okay, sie ist beim Generator. Ah! Fuck! Scheiße, ich bin voll verletzt, ey. Ja. Rennst du dir noch hinterher? Nein, nein. Die ist irgendwo noch nicht. Ich höre noch den Herzschlag, aber... Ich... Ach, ja, ich auch. Komm, 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 komm! Ich suche hier wegzukommen. Weil irgendwas... Warte, bleib hier, bleib hier, bleib hier! Ich versuche mich am Generator, wenn es halt schief geht dann. Vielleicht krieg ich da ein bisschen Ordnung schon bald. Vielleicht krieg ich da ein bisschen Ordnung schon bald. Ah! Das war nur dein Ohr! Ich gehe ins Haus. Ich gehe nicht ins Haus. Ich gehe nicht ins Haus. Da hinten ist ein Generator. Läuft der? Ah, ich gehe mal rüber schon. Ich starte nicht mehr. Der läuft noch nicht. Ah, der ist so... Turtle. Ich mach den mal. Oh Gott! Bleib am Leben! Du musst! Nein! Scheiße! Gehst du zu ihm? Ich gehe zu ihm. Ich mach weiter. Ich kann nicht den Haken. Den Haken. Den Haken. Sagt an, wenn sie bei dir campt. Okay, sie ist weg. Mein Herzschlag mehr. Bei mir Herzschlag. Sie ist nah. Geh zu Clifford, geh zu Clifford. Äh, Angelus. Piep! Herzschlag ist noch da. Es ist weg. Herzschlag ist weg. Acker. Was ist das? Komm mit mir, komm zu mir. Du bist zu heil. Also ich heil nicht. Nein, ich hab den Keller gefunden. Ah, es tut so weh. Ja. Ich hab den Keller gefunden. Punkt zu sieht schon, da ist es. Ich legte mal, dass sie mal verbannt und den beijst... Voll oder nochmal schön auf den Druckpunkt gehauen. Aber ich hab... Was ist denn das? Ich habe eine Karte Die macht nix, gefühlt Oh Gott, das ist gerade voll an mir vorbei Er hat sich teleportiert In die Richtung, wo er mich gefunden hat Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin Ah, hier, okay Bei meinem Ausgang, aber naja Ah, jetzt, so funktioniert das, geil Sehr geil Ich gehe zum Generator Ah, fuck Wenn bei dem einen Generator den du gemacht hast Scheiße Gleich seh's Mach den Generator Bleib hängen, mach keine Versuche, bleib einfach hängen So, dann kaufen wir uns ein bisschen Zeit Oh, sie hat sich gerade am Ende Vorbei teleportiert Sie kommt zu mir Ja, dann fährt es, du Räscher Jetzt nicht mehr Ja, ja, nee Ja, steht bei mir Sie hat mich Habt ihr mich, habt ihr, habt ihr, ja, okay Oh, Gott, ey Ah, fuck Nein, so nah und doch so fern Macht nix Macht nix, kümmert euch um den letzten Generator Passt auf, dass ihr euch nicht findet Ich habe dich gesehen Warte, du bist ruhig genug Nein, was ist Ah, du wurdest Sie bleibt, oder? Sie ist in der Nähe Sie ist in der Nähe Bleib weg Sie guckt Sie teleportiert In der Nähe Ich hör's noch Wenn du mich schnell runterholen kannst Nein, fuck Weg, weg, weg Oh, Gott Ach, scheiße Egal, das war ein guter Kampf Ich hab sie dann zum Kampf gelenkt Ihr wisst Leben Ihr wisst Leben Ihr wisst Leben Nicht so Nicht so Ach, ist das widerlich Ja Nein Das funktioniert dann nicht mehr Und direkt erstmal beim Snake Äh, Fighter Force Geht an wen? Angelus Was hier hinten kommt Weiß ich nicht Ich gucke mit dir Okay Es kann sein, dass in der Nähe Von dem Gerät Der Kiste Der Gerät Der Gerät Ah, sie ist hier irgendwo Also Hilf ihr Do it Ah, sie verfolgt ihn Du musst leben Bleib am Leben Ich hör sie Ah, ah, ah Laufen, hinter dir Hinter dir Nicht gucken Laufen Einfach laufen Im Zickzack Den Link Teleport Rechts Genau Genau Links Geh in Deckung Tumpen, tumpen, tumpen Scheiße, sie ist hinter dir Ah, lauf Nein Nein Gott, ey Nein, sie kommt, sie kommt Lauf Links Rechts 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 Das ist so geil Ja Nicht Nicht da durch Nicht da durch Bleib, bleib, bleib Bleib Okay Sie such dich, sie kann dich hören Lauf Ah Fuck Okay, sehr gut Nein Angelus Ja Im Falle eines Falles Opfer die Frau Ja Oh Gott Er konnte sich retten, er konnte sich retten, zum Ausgang, zum Ausgang Ech Ech Warte Scheiße, scheiße, scheiße Ich glaube, du läufst in die falsche Richtung Ja, der ist zu Weiter, 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 rechts Das ist das falsche, rechts, egal Geil Oh Gott Oh Gott Lauf, lauf, lauf Oh, komm, die Ha... Ja, genau, genau Ja, genau Sehr gut Sehr gut Ihr seid die festen Ja Geil Da hattest du deinen Killer, der nix konnte Und damit verabschieden wir uns auch von Dead by Daylight Haut da Nein Wie ist Fette deine sieben Oma-Bots Schön, dass du bei der Aufnahme raschelst Ja, und? Haben wir doch Krrsch, 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 krrsch Ja, wieder dieses Schlachthaus, weißt du, es ist hier Okay, das ist der Killer Weiß ich noch nicht Aber ich hab'n Gerät Vor mir Oh, schesse Oh Gott, der... Was sagst du? Oh Hey, fall 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 Fallstelle, er ist mies Ah 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 Oh shit Der Fall Der Fall Trägt er dich? Hey Oh Ja So, warum jetzt Metall aufgestellt? Ah Der Klassiker Bleib hängen Einfach hängen Bleib Okay, er ist weg Und hier ist mein Herzrad Ah Jetzt kommt er hier her Ich versuch grad den Generator hier Ah, ich hab auch grad einen Aber ich bin ziemlich weit weg Der Klassiker Ich hab grad den Dings gemacht Oh Gott, der kommt zu mir. Kommt er? Oder? Was ist vor mir? Ah, ich seh ihn. Fuck. Lass mal, lass mal, mach ihn, lass mal. Ich kann nicht mehr Gold. Ja. Ist bei dir in der Nähe einer? Generator? Oh Gott. Ja, ich seh einen. Dann rennt ihr dem anderen hinterher. Lücken von mir weg. Schaff ich's noch? Schaff ich's noch? Nein! Fuck. Es tut mir leid. Nicht zu ehren, werde ich hin. Du kacke. Mann! Oh, Spock, Generator, ey. Hörst du jetzt noch down? Der andere? Fuck. Ich geh zu anderen. Da kann keine Falle sein. Ist da ne Falle? Da ist ne Falle. Durch die Falle. Du kacke. Du kacke. Du kacke. Und auf einmal von hier. Nein, nein, nein! Das ist grausame Schreien! Ich hör's auch! Ich stell's wieder ne Falle auf, ich hör's! Mach weiter, mach weiter, egal was es ist! Ok Er läuft hier vorbei, er kommt zu dir, er sucht bei mir Oh Gott! Komm zurück, fuck! Doch, parallel vor dem Team, ey Er ist in der Nähe, er passt auf Ich schaff's nicht, ich kann sie nicht retten Also ich könnt's schon, aber Er ist in seine eigene Falle gelaufen Er trottelt Das spielt zu Oh Ah Ah Oh 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 Gott Ah, nein Oh, deine Falle zu, Chef Was ist hier nochmal liegen oder hat er sich nicht Ah fuck Fuck Und auf einen Generator könnte man ja die looper bewegen, wa? Er hat die Falle mitgenommen Jaja Deswegen geh ich jetzt zurück zu dem einen Generator, wo ich... Ah Oh Ja Ja ich muss überleben wir müssen ich bin wieder am generator weiter vor ich kommentiere ob du ihn hörst oder so ich bin jetzt bei dir und ein blösser nein, ah fuck ein blösser hat er geschnappt ich mach weiter rette dich selber ich hab's nicht versucht er kommt zu dir er trägt blind zu dir wir halten lassen er sieht dich er Allahu quer er ist hinter dir Stefan ich hab dich weg 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 nein nein krabbeln irgendwo weg vielleicht wiggel 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 kommschon nein 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 kommschon lass mich runter lass mich runter ich kann es nicht runter ach oh nein das muss mit den oma zu tun haben wieder einen rang verloren ja schnell flüchte flüchte die luke ist offen irgendwie überlebt irgendwie runter 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 zucken ich hatte glück gehabt bei dem ersten wo er mich abgelegt hat war ich ja schon bei der hälfte ok wie tut er ist da was ich will dass ich das wohl der hängt jetzt gleich auch keine ahnung ja wahrscheinlich will er irgendwie selber punkte machen die drecksau die drecksau miese schwein nicht die beste luke ich sehe keine er macht das echt ansichtlich der will punkte farben hier keine ahnung ja schwein ich spiel mit dir also nicht zu ok lass uns jetzt auf ich näher mich nicht mehr ich werde einfach fliegen wenn er los geht dann weitermachen zuck ein bisschen damit es nicht weg geht es geht weg ok 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 nein er versucht immer auf der ecke damit ich da kann ich ja kaum weg also es gibt nur zwei möglichkeiten jetzt wäre eine gute möglichkeit ja 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 nicht wer wenn er ein guter killer ist dann lässt er dich jetzt an der luke raus ja er kann ja die luke sehen äh ich glaub nicht ja echt ja ich glaub er kann alle ausgänge sehen auch die luke wenn sich öffnet er sucht mich jetzt ernsthaft mit dir oder wie? Vielleicht will er mich direkt an einen Luke killen Na, wenn er einen Perk hat Er sucht wieder so eine Engstelle, wo du Na, ich sehe doch nichts Könnte sein, dass die Luke irgendwo oben auf dem Hügel ist oder so Was hat er vor? Wir wissen das nicht Was tut er? Wobei die Luke könnte durchaus hier irgendwo im Haus sein Oder am Haus All die toten Kühe, was hat er mit denen vor? Was? Ich bin zu zurück, spieg in die Luke Hey, jetzt hat er dich wieder zum Anfangspunkt zurückgebracht aus dem Hügel aus dem Hügel es geht zum Ende des Läschens K Sound Kick 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 in the bone do it lauf davon, lauf, jetzt oh god, oh god, oh god so nah in die Knie zu gehen ist keine gute Idee ja, ich dachte, ich weiß gar nicht, wann er mich nicht mehr sieht wie so eine Katze, ey in this bitch von mir aus was macht er, ey er will selber Punkte fahren er will selber Punkte machen also wenn dann durch, durch die, äh genau, durch das Weizenfeld, ne Weizenfeld würde er dich eher noch verlieren doch kannst du die Luke finden, du kannst sogar so in die Luke reinkrabbeln weg von ihm, einfach weg, einfach weg er sieht mich ja trotzdem die ganze Zeit ja, die hinterher läuft, ja, egal hoffen wir, dass die Luke da ist lauf einfach krabbel lauf nimm meine starke Hand ja, ist er wieder ja in solchen Momenten frage ich mich, wenn man beim Spiel einstellen könnte, wie viel Gras da ist hat man dann einen Vorteil, oder nicht ach, schaffte ich keine Befriedigung, dass er rein boah, die lässt sowieso nicht aus, wa nein das geht mir anrechnen ach, ich verloote doch sowieso irgendwann, oder? ja, ja in der Zeit baut er jetzt hier ständig diese scheiß Falle auf, oder? ja das ist es ja der Pänner will Punkte fragen wir können ihn nicht töten ja ernsthaft ist das was du willst, ernsthaft? pfff ja das ist eh ich verne Arsch ich denk die du zum verbluten brauchst erstmal schön Punkte gesammelt Das ist ein Psychopath, ey. Eindeutig so ein Psychopath. Der hat jetzt erst sein Taschentuch vollgemacht, deswegen hat er aufgehört, weißt du? Damit hören wir jetzt auch auf. Tschüss. Das stimmt doch. Tschau.